Die Heere Frauenbotschaft mit Albert Friesen Die Frauenbotschaft ist das Evangelium, die Nationen über die ganze Welt Jesus kennenlernen. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 19 und 20, da sind sie nun nicht mehr fremde Wunder, oder Mitbürger mit den Helden und Gliedern in Gott seine Familie, der ab den Aposteln und Propheten ihren Grundgebiet ist, worin Jesus Christus selbst der rechte Eichstein ist, durch den die ganze Bühne top hält und was, sodat es von unseren Haaren einen helligen Tempel gibt, und dem sind auch die Neigebote, sodat Gott in Jesus eine Wohnung hat. So, das ist die frühe Botschaft, die wir haben. Wir sind nur bloß Dörfwohner hier in dieser Welt, und wir sind Dörfwohner, wo zu Porten und Gott sind geregt, und wo zu Porten und der hellige Glieder, und Gott sind in der Familie. Und so, das ist allein, das ist allein, das ist allein gebührt worden, ab Jesus Christus, und dort ist der rechte Eichstein, Jesus ist der Eichstein für uns Menschen hier in dieser Welt. Und dort redet diese frühe Botschaft für uns auch von dir. So, wir einfach nach diesen Eichstein gehen, in diesen Eichstein, der hält alles top, der hält alles top, was alle andere tun ist, und den Eichstein, und das Eichstein ist allein Jesus, und das Eichstein, der hält alles top, alles top, alle Glieder und alle Menschen, in den ganzen Nationen, dort hält allein dessen Eichstein vor, und wo alle Menschen ungebetten sind, und wir sind alle ungebetten nur um Gott sind geregt, dort wir in seiner Wohnung keine Deil haben, und das ist die frühe Botschaft, die wir haben, dort wir können einfach alle Glieder sein, und Gott sind geregt, und seine Familie, und allein um dessen Eichstein uns hängen, und dort ist allein Jesus Christus, und dort ist die Worte Eichstein. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast, und wir können einfach bis der Grenze sein in dieser Welt, und wir können deine Heilige Glieder, und deine Familie sein, und wir können uns allein auf dem Eichstein von dir haben, und wir danken dir für das, dass wir diese Lernheit haben, und dass wir einfach mit dieser Hilfe können, einfach in unserem Leben allein auf dem Eichstein haben, und dass wir mit dieser Hilfe für die Eichsteinwohnung haben. In Jesus' Namen. Amen. Das war eine Frau Botschaft mit Albert Friesen. Wenn ihr Fragen habt, kontakt sie dann unter der Nummer 595-982-425-856.